Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kartoffelgratter pur. Ein echtes Kartoffelgratter braucht keinen zusätzlichen Schnickschnack, keinen Wein als Geschmacksverstärker, keinen Käse zum Überbacken und muss sich auch nicht mit der Rolle als Beilage abgeben. Es wird bestenfalls mit Salat serviert und kann durchaus als eigenständige Hauptspeise serviert werden. Für drei bis vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1.500 Gramm festkochende Kartoffeln, vorwiegend festkochend geht auch, wird dann aber etwas matschig. 60 Gramm Butter, 3 Knoblauchzehen, 400 bis 500 Milliliter Milch, 2 Becher a 400 Gramm Schlagsahne, Salz, Muskatnuss frisch gerieben. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Auflaufform, Topf Zubereitung Die Kartoffeln schälen und in kaltem Wasser einweichen. Die Auflaufform mit ca. 10 Gramm zimmerwarmer, weicher Butter einreiben. Die Kartoffeln in feine Scheiben hobeln und fächerartig in die Auflaufform legen. Den Knoblauch schälen und fein würfeln. Knoblauch mit der restlichen Butter, der Milch und der Schlagsahne in einen Topf geben und kurz aufkochen lassen. Topf vom Herd nehmen, ordentlich mit frisch geriebener Muskatnuss und Salz würzen. Die Milchmasse über die Kartoffeln gießen. Die Auflaufform in den vorgeheizten Backofen schieben und bei 200 Grad Oberhitze ca. 45 Minuten backen, bis sich die Masse goldbraun gefärbt hat. Aus dem Ofen nehmen und servieren. Als Beilagen eignen sich Feldsalat mit Knoblauch-Vinaigrette eignet sich prima. Diese Varianten gibt es. Man kann mit einigem experimentieren, aber besser als der pure Klassiker wird es nicht wirklich. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!